Das Leben ist eine Reise voller Höhen und Tiefen. Es gibt Momente des Glücks und des Schmerzes, des Triumphs und der Niederlage. Es ist voller Herausforderungen und Entscheidungen, die uns prägen und formen. Unsere Stärke liegt nicht im Vermeiden dieser Herausforderungen, sondern im Mut, Ihnen ins Auge zu sehen. Sie sind die Treppenstufen zu unserem Wachstum und Erfolg. Erinnern Sie sich an Ihre Träume, denn Sie sind der Kompass, der Ihnen den Weg weist. Lassen Sie Ihren Glauben stärker sein als Ihre Ängste. Seien Sie mutig, hartnäckig und entschlossen. Stehen Sie für sich selbst ein, auch wenn der Wind gegen Sie bläst. Sie sind stärker als Sie denken. Bleiben Sie standhaft, denn am Ende des Tunnels wartet das Licht. Ihre Reise ist es wert. Glauben Sie daran. Gelobt sei Jesus Christus.